Fünf Tipps, die ihr unbedingt kennen solltet, auch wenn ihr gerade erst mit Word anfangt, denn die heben eure Arbeit auf ein neues Level und ihr könnt auch ein bisschen damit angeben. Eine der Stärken von Word ist das Sortieren von Listen. Das funktioniert mit Textlisten, ebenso wie mit Zahlenreihen oder hier mit Datumsangaben. Schauen wir uns das Ganze mal an. Alles, was ihr sortieren möchtet, solltet ihr vorher markieren. Und dann geht es weiter hier im Start mit der Schaltfläche Sortieren. Die erkennt ihr hier an dem A, dem Z und dem Pfeil nach unten. Da einmal draufklicken und dann seht ihr hier die Sortieroptionen. Wir sortieren hier nach Absetzen und Word hat schon erkannt, dass das eben Text ist. Ihr habt hier auch noch Zahlen und Datum zur Auswahl, aber in der Regel funktioniert das automatische Erkennen sehr gut. Hier haben wir noch die Option, ob wir aufsteigend sortieren wollen, bei Texten also von A nach Z oder absteigend im Fall der Texte von Z nach A. Wir bleiben mal bei aufsteigend, klicken auf OK und schon ist unsere kleine Liste hier sortiert. Dasselbe funktioniert mit Zahlenreihen. Auch hier markieren, Schaltfläche sortieren anklicken. Gehen wir doch hier mal auf absteigend, also von der höchsten Zahl zur niedrigsten Zahl, klicken wieder auf OK und haben auch diese Liste hier sortiert. Und zu guter Letzt noch die Datumsangaben, die nehmen wir wieder aufsteigend, sortieren, aufsteigend. Typ Datum ist einwandfrei erkannt. Auf OK klicken und fertig ist die sortierte Liste. Die Zwischenablage sollte euch ein Begriff sein. Ihr könnt etwas Text markieren und dann hier mit Start kopieren in die Zwischenablage packen und ein bisschen weiter unten mit Einfügen wieder einfügen. Soweit so bekannt. Aber Word kann noch mehr. Word hat wie alle anderen Office-Applikationen auch eine erweiterte Zwischenablage. Und die seht ihr hier unter Start Zwischenablage. Klickt mal auf diesen kleinen Pfeil hier unten und dann seht ihr eine Liste der Elemente, die ihr in der Zwischenablage habt. Bislang ist da nur der Clip 1 drin, also die Zeile, die wir schon in die Zwischenablage eingefügt hatten. Aber ich kann hier auch die nächste Zeile markieren und in die Zwischenablage kopieren. Und auch diese Zeile hier in die Zwischenablage kopieren. Und jetzt, wenn ich weiter unten etwas einfügen möchte, dann habe ich hier die freie Auswahl, zum Beispiel die Clip 2 einzufügen. Da reicht ein Klick darauf. Word ist zwar keine Tabellenkalkulation, aber ihr könnt Tabellen anlegen. Die sind schön übersichtlich und ihr könnt darin auch einfache Rechenoperationen durchführen. Ich habe hier ein paar Kosten notiert und ich möchte ganz gerne hier im Feld rechts unten in meiner Tabelle die Summe dieser Kosten haben. Ich habe jetzt schon mal in das Feld reingeklickt. Das ist wichtig. Und danach geht es hier weiter mit Layout. Rechts neben Tabellenentwurf findet ihr Layout. Da einmal draufklicken. Und dann findet ihr hier eine Schaltfläche Formel. Und auch da bitte einmal draufklicken. Und dann seht ihr hier schon den Vorschlag ist gleich Sum. Sum steht für Summe. Und dann in der Klammer Above heißt alles summieren, was hier über mir, also über dieser Zelle verwertbar ist. Dazu klicke ich einmal auf OK. Und dann habe ich hier schon die Summe meiner Ausgaben. Hier oben muss ich dann natürlich noch ein bisschen formatieren, damit das dann ordentlich aussieht. Aber einfache rechten Operationen sind ohne weiteres möglich in Word. Falls ihr mal um den richtigen Begriff in einem Text verlegen seid, kann Word euch helfen. Denn Word hat einen Thesaurus dabei, ein Synonymwörterbuch. Ich zeige euch das mal hier am Wörtchen erstellen. Ich habe das hier markiert und dann gehe ich bei Überprüfen auf den Thesaurus. Der erscheint dann hier in der rechten Randleiste und zeigt mir eine ganze Menge Alternativen für dieses Wörtchen erstellen. In dem Fall handelt es sich um einen Text. Den kann man ja auch schreiben. Das ist sogar ein bisschen konkreter. Jetzt müsst ihr aufpassen. Hier ist eine kleine Falle. Wenn ihr auf Schreiben klickt, dann bekommt ihr nochmal alternative Begriffe für Schreiben. Das wollen wir natürlich nicht. Falls ihr hier landet, klickt hier oben auf den Pfeil nach links zurück. Und wir wollen das Wort Schreiben einfügen. Dazu gehen wir hier auf diesen klitzekleinen, nach unten zeigenden Pfeil, klicken darauf und dann auf Einfügen. Und schon wird hier unser Erstellen ersetzt mit einem deutlich konkreteren Schreiben. Eine weitere wirklich mächtige Funktion von Word ist die Übersetzungsfunktion. Ich habe hier mal ein kurzes Stück Text. Das markiere ich und dann geht es hier weiter bei Überprüfen. Und hier findet ihr eine Schaltfläche Übersetzen. Da einmal draufklicken und dann können wir wahlweise die Auswahl übersetzen oder das komplette Dokument übersetzen. Kommt hier auf dasselbe raus. Ich nehme mal Auswahl übersetzen. Und dann kommt hier ein Übersetzer in der rechten Randleiste. Und hier könnt ihr auswählen, aus welcher Sprache heraus ihr übersetzen wollt. Hier hat Word schon ganz richtig Deutsch erkannt. Und in welche Sprache ihr übersetzen wollt. Hier wird mir Französisch angeboten. Ihr könnt aber auch auf viele andere Sprachen gehen, zum Beispiel Englisch. Und dann klickt ihr nur noch Einfügen. Und dann habt ihr hier die Übersetzung. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder bei anderen Themen rund um Word, Excel, PowerPoint und all diese wunderbaren Apps, die uns so viel Freude machen im Alltag, im Büro und in der Schule. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen.